Kundentäuschungen bei Vitalstoffen. Was ist wirklich gut und was ist nur Marketing? Heute im Fokus MSM, organischer Schwefel. MSM ist ein Destillationsprodukt, das aus Pflanzen extrahiert wird und zwar im besten Fall aus Kohl. Wie das Wort Destillation schon sagt, ist dabei Alkohol im Spiel. Deswegen findet man oftmals auf dem Markt 99%iges MSM. Aber was ist der Rest? Dabei handelt es sich tatsächlich um Rückstände von der Destillation. Das einzige Unternehmen auf dem Markt weltweit, das ein Vierfach-Destillationsverfahren hat und reines 100%iges MSM zur Verfügung stellt, ist OptiMSM. Genau der Wirkstoff, der bei uns im Highlights Nios verarbeitet wird. Denn wir wollen ganz sicher gehen, dass definitiv keine Fuselalkohole oder Restbestandteile im MSM vorhanden sind. Also lasst euch von Begriffen wie Premium, Special oder Hochrei nicht beeindrucken.